hallo und herrn zu einem Video heute spielen wir Tatenfall das ist ein Spiel wenn ich vor lange Zeiten gespielt habe ja ich will sein abgestürzt also ich die die Aufnahmen sind dann abgestürzt sich aufgenommen habe wir machen es auch weiter und es geht um okay ich denke egal aber ja es tut mir leid okay ein Armin 1 ok wir müssen die Ladewerke bevor sie die Luftwaffenbarnes verlassen kann Rohrlekorps waffnen sich an drei Sachen verteilt ok bevor wir starten in die Luft einhalten aber das macht mich auch schwierig und die Waffen nehmen wir das hoho ich bin gut ich bin ein bad ass Junge Junge also bin ein Gegner getroffen da sind vielleicht nicht weiter vor mich wir haben hier wieder L7 wir hören ihn sack vor was ich meine Dominik das ist die Feuer diese Ausbergung Feuer zu verfolgen tot jetzt kommt der boom habe ich mal was ja wenn ich mal der rüber treffen würde wäre sehr schön ich es macht einfach so wenig Schaden sorry dass ich nicht nach vorne kommen kann weil ich schon mit 5 Millionen Gegner beschäftigt wenn gefehlt also ja wieso hat der gerade auf den gezogen wieso egal ha oh Gott Digga weißt du was weißt du was ich bin egal ich wachsele jetzt auf der ist doch nicht raus wie los Digga der Digga mit der Waffe dreht sich ja gar nichts hier ich habe wir haben das wir haben wir Das war's für heute. Oh nein, sie hat alles versaut. Oh nein, sie hat alles versaut. Macht das eben mehr Schaden, wenn man zielt? Ich denke nicht, ich bin schlecht. Okay. Ich bin ein guter Gegner, wenn es um Gewinnen geht. Ha! Todlos, Digga. Denk dir, kriegst du was hin? Du, der quetscht dich. Die Geräusche, Alter. Schöne, das ist total. Der ist wirklich gefährlich, ne? Ja. Mit der Titan kann man wirklich keinen Spaß haben. Oh nein. Oh nein. Jo. Ich sag's und geh einfach frontal rein in ihm. Ja, man kennt ihn. Okay, okay. Vielleicht sollten wir besser aushalten. Ha! Er konnte nicht mal reden, da. Lustig. Nein! Sein Griff hat mich einfach auseinander genommen. Lol. Ach komm, verreckt doch, Alter. Krass, wenn die nicht verrecken, ne? Ja, wenn der Titan mal laufen würde. Es geht nach oben, aber nie nach oben. Was? Ich weiß nicht, wie sie ich das gezogen habe. Ey, ich bin nicht schuld. Vielleicht eine gute Arbeitssuche. Wenn's nach mir geht, haben Sie Ihre piloten Lesen. Ha, danke. Aber ich hab's leider nicht. Ich bin arm. Schluss. Ich liebe die Waffe. Ist schon ne geile Waffe, ne? Nein, wir haben noch Zeit, die Lade abzufangen. Wir haben noch Zeit, Männer. Und Frauen. Was? Wie, 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 wie? Huch! Ich liebe, ne? Oder warum macht so viel Schaden? Wenn man trifft. Wie hab ich den gerade getroffen? Ok, nein. Ja. also was ich mit dem vorhatte mit der sprung weiß ich selbst auch nicht ich nehme einfach alle kills weg oh das kann ich auch nein nein also ich bin natürlich jetzt wirklich sehr defensiv aber ist halt schlägt los wo 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 sehr langsam 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 toll wird sie doch jetzt krass also ja komm das war das schlimmste flugsystem den ich hier hatte ja war auch einfach nur war hatte der junge da haben wir nach die Tieren waren so wenig Schaden was ist das könnt ihr ihn mal töten weiß wer starb jetzt nicht länger klar ha Da kommt gar nichts. Spaß, da kommt ein Gegner. Haha, ich habe geraten. Ich habe auch ab. Ich habe gesehen, wie du abgehebt bist in die Luft. Nein, du ehrenloser Schildbringer. Haha, ich kann schießen vom Himmel, aber nicht. Ehrenlos. Wow. Immer langsam. Haha. Wow, wow, wow. Jo, 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 jo. Ich brauche, ich brauche das. Ich brauche die beiden Schilde. Oder Batteri, wie kann man das nennen. wollen ich versuche es ok wiper und wo ich diese arme wiper schieser mit voller kraft an zwar nicht voller kraft aber ich war auch nicht bereit einfach nur war das will ich mal sagen reich für die erste Folge also für die er ist der neue Volk nach langer Zeit danke für die zuschauen ja ich danke für die das hier drüber geschaut ist ein Problem bis zum nächsten Mal tschüss tschüss